Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, Paul Marvin. Und wir spielen heute mal wieder eine weitere Runde Leitstellenspiel. Das letzte Video ist jetzt ca. 4 Wochen her und ich hab mir überlegt, dass ich heute einfach nochmal ein Video mache. Es hat sich seit 4 Wochen, sag ich mal, gar nicht so viel geändert. Ähm, das was sich geändert hat, ist, äh, mein Kontostand. Und, ähm, was sich noch geändert hat, ähm, ist die Sache, dass ich in einem neuen Verband mal wieder drinne bin. Ähm, das hat einfach den Grund, äh, da ich einfach mal wieder einen Tapetenwechsel, äh, brauchte es sozusagen. Und, ähm, ja, ich dadurch wieder in einem anderen Verband drinne bin. Ähm, dieser Verband hat aber auch einen Discord-Server. Und das war mir mittlerweile irgendwie, äh, wichtig, dass ich, äh, da auf jeden Fall, ähm, auch mal mit anderen im Discord sprechen kann. Und, ähm, vielleicht kommen in naher Zukunft, ähm, auch Videos mit den Leuten, äh, die hier so im Verband sind. Und, ähm, mit einem aus dem Verband habe ich schon, äh, Bus-Simulator gespielt. Und zwar der Maurice. Äh, der Maurice, den habe ich auch über diesen Verband hier kennengelernt. Der war vorher bei uns in, in dem alten Verband, die Turtles. Und, genau. Äh, ich will heute aber gar nicht so sehr auf den Verband, auf den neuen eingehen. Ähm, das wird in den nächsten Videos wahrscheinlich mal passieren. Ähm, ich muss jetzt gerade hier erstmal ein bisschen Einsätze arbeiten. Ich habe heute noch gar nicht gespielt. Ähm, deswegen möchte ich mich gerade mal kurz hier drauf konzentrieren. Aber, ich kann schon mal nebenbei sagen, dass ich heute ein kleines Projekt mit euch vorhabe. Und zwar, wir werden heute, ähm, mal ein bisschen die Polizeistationen um Buxtehude rum, äh, bauen. Und zwar werde ich, ähm, mit der nächsten Polizeistation anfangen. Und zwar Appenzin, oder wie man das auch immer ausspricht. Ähm, da werden wir jetzt gleich zukommen. Ich muss mal gerade gucken, weil wir haben hier auch Verbandseinsätze. Mal wieder, ähm, DLK, ELW. Okay, die mache ich jetzt, ähm, entschuldige, einfach, äh, einfach gerade mal, ähm, ja, fertig. Weil dann macht es wieder bei mir cheating. Und dann kann ich noch besser, äh, die Polizeiwachen ausbauen, beziehungsweise bauen und sowas alles, ja. Also, genau, ähm, ich habe hier schon wieder zu viele Einsätze. Das ist, äh, erbärmlich hier. Rüstwagen. Sprechwunsch. Ähm, WLW ist das? Verstanden. Ich habe jetzt auch mittlerweile das Fenster hier oben in der Ecke, wegen dem Funk. Weil, ähm, ich kriege immer mehr, äh, äh, Rettungseinsätze rein. Und da ist es für mich einfacher, wenn ich hier 5, 6 RTWs habe, die die Sprechwunsch haben, die dann hier so abzuarbeiten. Als wenn ich jetzt, äh, jedes Mal, äh, das Fenster immer wieder öffnen muss. Das nervt. Deswegen habe ich das einfach da oben in der Ecke. Ähm, es so. Genau. Das lassen wir mal alles, wo das passt. Jetzt machen wir gerade noch hier den einen Rettungseinsatz. Ähm, ihr seht schon, ich habe hier zwei weitere RTWs drin, ne. Die, äh, DRK-Rettungswache in, äh, Buxtehude. Die ist soweit fertig. Ähm, ich habe jetzt alles hier an Fahrzeuge, äh, wie die auch in echt sind. Und, ähm, genau. Ja gut, hier die Wache kennt ihr ja auch. Das sind ja die Wachen, die, äh, oder, ja, die, äh, Sachen, die ich ja beim letzten Video vorgestellt habe. Und wir gehen heute nach Appinsen, oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Da könnt ihr mir auch gerne, äh, äh, reinschreiben, wie so die Sachen ausgesprochen werden. Oder die, die ich bei WhatsApp habe, können mir das auch gerne da mal, äh, sagen. Wir suchen auf jeden Fall jetzt erstmal Appinsen. Ähm. Sonst muss ich das gleich hier oben mal eingeben, glaube ich, ähm. Ich habe hier, ich muss hier immer, ihr seht das jetzt nicht, aber ich muss hier immer links gucken. Ich habe hier auf meinem iPad, äh, habe ich die Karte von den ganzen Polizeiwachen. Äh, weil, wenn ich schon realistisch baue, dann natürlich auch voll realistisch. Appinsen. Ah, da. Genau. Und, äh, ja. Deswegen. Die Polizeiwache haben wir da, ja, das passt auch. Dann muss ich das einmal da rüberziehen. Gebäude. Dann, wo haben wir denn die Polizeibereitschafts... Obwohl, da würde er eine kleinere Wache schicken, glaube ich. Ja, mit zwei Fahrzeugen passt das. Die gehört die FEZ. Uh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm. Das ist die... Poly. Jo, Poly, muss man auch richtig schreiben. Mal wenn. Äh, äh, Poli... ...Zai... ...Station... ...Apensen. Also, wie gesagt, wer, äh, weiß, wie man das ausspricht, gerne in die Kommentare. So, äh, jetzt machen wir mal... ...das wieder da rüber. KTW, zack. Also, sorry, wie gesagt, ne, dass ich jetzt immer hin und her hüpfe, aber, ähm... ...Vollstreckungshaftbefehl. Da müssen... ...zwei Polizeien, okay. So, das passt. Die sind da unterwegs, gut. Was haben wir denn noch hier? Das habe ich gar nicht gesehen, gerade eben. Achso, das ist der scheiß Einsatz. Sprechwunsch. Oh, das meine ich hier. Habe ich hier zum Beispiel Sprechwunsch, der Einsatz. Kleine Ölspur hat sich ausgebreitet. Neue Bezeichnung, große Ölspur. Und dann halt verstanden. Dann kann man da jetzt halt nochmal reingucken. Sollte man auch. Weil, äh, dann natürlich weitere Fahrzeuge benötigt werden. Ihr fragt euch jetzt auch sicherlich, warum und wieso ich nicht mal mit einer AAO spiele. Das habe ich auch schon mal erklärt. Ich komme mit sowas gar nicht klar. Deswegen, äh, alarmiere ich jedes einzelne Fahrzeug gerne persönlich. Äh, darum soll es aber auch heute hier nicht gehen. Es soll, wie gesagt, heute um die Polizeistation gehen. Jetzt habe ich hier Abhinseln verloren. Na da. Na ja, moin Marvin. Läuft. So. Ähm, wir machen hier... ...daraus den... Ach, scheiße. Wie hießen die denn hier in Buxtehude? Ah, okay, das passt. So. Das ist drei. Dann muss ich... Also ich nehme jetzt hier die, äh, Funkrufnamen, die Stimmen auch. Ich habe das extra nachgeguckt. Das wird dann... Abhinseln. Quatsch, nicht abhinseln. Das wird dann ein Fügen. Das wird dann die 04. Mit einer Person drinne. Aber nicht mit dem Leerzeichen da. Sprechwunsch. Eine Person hinzufügen. Ähm, ich mache jetzt auf den umliegenden Polizeistellen, ähm, mache ich jetzt immer zwei Fahrzeuge. Ich habe in Buxtehude, ich habe in Buxtehude, habe ich ein paar mehr stehen. Ich glaube, drei Stück oder so. Ähm, das ist halt immer, äh, abhängig von denen, wie das jetzt hier bei mir, äh, auf dem Bild zu sehen ist. Äh, zum Beispiel jetzt in Appensen ist hier gar nichts zu sehen. Deswegen mache ich vorsichtshalber hier mal zwei nur hin. Äh, das aber auch eine kleine Feuerwache, äh, äh, jo, kleine Polizeiwache ist so rum. Ähm, und, äh, von daher denke ich, ist das schon okay. So, jetzt müssen wir natürlich... Ich glaube, ich hatte die hier genommen als Grafik. Ja, ich glaube, mal gerade gucken. Ja, genau, die und dann den, ein Bus auf 8 oder so müsste der sein. Dann bauen wir das einmal aus. Dann haben wir hier Fahrzeuge neben mir natürlich wieder einen Boost, einen Funkstreifenwagen. Das wird dann die 0,5er. So. Eine Person, das passt. Gehen wir erstmal auf Speichern. Personen zuweisen. Zack. So. Dann... Nehmen wir hier natürlich den... Bus. Ich glaube, der müsste hier auf 8 sein. Ne. Doch nicht. Ich hatte irgendwie 8 im Kopf, ich weiß auch nicht. Jetzt müssen wir den natürlich suchen hier. Das ist immer so die Schlimmste. Ah, ne, da haben wir doch schon. Den nehmen wir. Der ist jetzt zwar aus Leipzig, aber egal. Äh, wenn ihr da irgendwie Grafiken wisst, die da ein bisschen näher drauf passen, äh, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ich sehe gerade, es ist jemand online. Den muss ich mal gerade was fragen. Äh, immer wenn Video, sollte man auch schreiben können. Oh, scheiße. Hallo. Ach so. So. Ähm. Vielleicht haben wir Glück und der sagt, ja. Dann haben wir gleich auf jeden Fall noch jemanden zum Schwätzen. Hm. Ähm. Sprechwunsch. Ich habe hier gerade unheimlich viele Einsätze, Leute. Also mir tut es echt leid, dass ich hier das Video jetzt auf diese Art hier strecke. Aber, äh, ja. Muss auch irgendwie Geld machen hier, ne? Oder Credits. Ist ja nicht wirklich Geld. Was ich hier mache. Ähm. Genau. Wir haben jetzt Appenzen gemacht. Wir werden auch gleich noch eine weitere Polizeiwache machen, weil wir haben hier echt, äh, gerade einen guten Lauf. Ähm. KTW, der muss da hin. So. Die fahren ja da hoch. Genau. Ähm. Jetzt gucken wir gerade nochmal. Genau. Jetzt müssen wir hier oben hin nach Stade. Damit wir das Gebäude einmal auf die... Ach so, ist schon. Okay. Gut. Äh, ja. So haben wir dann jetzt auch schon die Polizei abhinsen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt noch eine. Und zwar in Hasel... Ha... Hasefeld. Hasefeld. Irgendwie so. Ähm. Also das sind jetzt original Standorte, ne? Äh, wie die im Kreis Stade oder wie das da oben beschimpft, äh, sind. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier wieder links auf meinem iPad. Hasel... 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 Feld... Hat er nicht gefunden, warum nicht? Ich hab bestimmt irgendwas falsch geschrieben. Warte mal. Ha... Hasel... 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 Ähm... Hier haben wir die Polizei. Die schieben wir da hin. Dann machen wir das hier. Dann nehmen wir auch wieder eine kleine Wache, würd ich sagen. Ähm. da da auch glaube ich maximal nur zwei Fahrzeuge drinstehen und das ist die Polizei Station Station Hase Hase Feld ich weiß nicht ob man das so richtig ausspricht Leute ich habe keine Ahnung ich komme leider nie aus dem Norden so dann machen wir das wieder weg das lassen wir da oben das ist klar ähm hier machen wir dann jetzt wieder ähm das hin das letzte war eine 5 war dann machen wir hier jetzt eine 6 raus so wieder 1 speichern das zuweisen dann da drauf zack und dann hätten wir heute schon zwei neue polizei wachen muss ich mal gerade gucken ne gleich bin na schade schade okay dann ja gut dann ja gut dann mal g n dir so okay er hatte doch keine Lust naja egal mal ähm müller ja da schicken wir das hlf 20 hin macht man ja heute so ähm ähm so jetzt haben wir hier unten noch ein KTW natürlich da muss ich auch gleich mal gucken wie viel ich heute wieder mit den KTWs gemacht hab ähm so wir waren aber hier in Haarsfeld noch nicht fertig ähm ich weiß es wirklich nicht ähm jetzt müssen wir hier wieder suchen ich kotze da dann wir nehmen wieder das so und dann machen wir hier einen Ausbau hin nehmen wieder einen boost gehen wir hier hin Sprechwunsch das ist dann die 07 äh so das so speichern Personal zuweisen zack ich weiß das geht jetzt hier alles hu geht alles ein bisschen schnell aber ich denke er kommt da noch hinterher so ich glaub das war hier bei 7 ne na wo haben wir denn ne 6 ja da so genau das ist das genau 5 dann ist das 6 und 7 weil das hier ist ja schon 1,2 und 3 das ist dann 4 und 5 das ist dann 6 und 7 und dann passt das hier haben wir jetzt einen KTV Einsatz das machen wir mal so ihr habt jetzt grad gesehen also ich hatte hier oben ähm Sprechwunsch dann klicke ich halt einfach auf die Fahrzeuge und dann mach ich das so ganz schnell fertig ähm ich hab mir das auch mittlerweile so überlegt dass ich ähm das so mache dass ich Feuerwehren wirklich nur noch da baue äh wo ich jetzt auch Polizei und sowas hin mache ähm da das nämlich hier alles äh der Kreis Stade ist den ich jetzt hier mit der Polizei abstecke sozusagen äh hier sind auch kleinere Orte die werde ich natürlich mit benutzen sprich dann werde ich hier auch äh Beckendorf und sowas alles mitmachen äh mit Feuerwehr also da wird auf jeden Fall noch einiges passieren also wir haben jetzt Apensen und Hasefeld fertig dann gehen wir jetzt nach Fredenbeck zu Polizeistationen das müsste ja dann Luftlinie da Fredenbeck das haben wir dann hier da ist auch schon die Polizeistation ah klasse das hat er sich gespeichert gut dann neue das äh na komm ne kleine Polizeiwache und das ist boh schon wieder der gleiche Fehler hier Fredenbeck die gehört auch zu FEZ so da ich jetzt hier nur ein Fahrzeug so abgebildet habe würde ich auch sagen lassen wir es bei einem Fahrzeug weil der Ort ist relativ klein gefühlt so und dann passiert da nicht ganz so viel deswegen würde ich sagen dass wir hier auch nur ein Fahrzeug drin haben hier haben wir jetzt aber die Besonderheit das ist natürlich wieder der gleiche Funkrufnahme das ist ganz klar wir hatten jetzt gerade eben 6 und 7 dann ist das jetzt die 8 dann machen wir das dahin dann machen wir das so speichern dann natürlich Personal machen wir hier zwei Stück auf einem Fahrzeug äh müssen wir das aber hier ändern dann müssen wir das hier wieder so machen äh so und dann gehen wir hier nochmal drauf jetzt müssen wir nämlich einen VW ach ne doch nicht kein VW Turan ne dann können wir auch den normalen hier nehmen das passt ja gut eigentlich müsste ich das hier nehmen ne der passt eigentlich sehr sehr gut dazu aber mir gefällt die Seitenansicht nicht so deswegen äh nehmen wir hier wieder den und dann passt das so ja ähm ich würde sagen da wir jetzt hier schon drei äh Dings haben wir müssen das jetzt einmal nur aktualisieren damit die dann auch offiziell in dem Spiel anerkannt werden das ist immer so ein bisschen das Ding hier ähm hier müssen wir einen DLK ein GWA ein ELW und ein LNA ok ahja hm ne dann machen wir das anders äh schicken wir den Rettungsbus hin dann brauchen wir aber trotzdem eine LNA und ich glaub sogar den Org den Organisationsleiter der des Rettungsdienstes machen wir das so und dann passt das so ähm hier noch ein KTB hin ja ich komm gleich zu den Einsätzen einen Moment so ähm so das machen wir ja gut Bluthochdruck muss man nicht unbedingt eine RTH äh RTH hinschicken aber egal Verkehrsbehinderung da schicken wir auf jeden Fall eine Pole hin äh hier nochmal einen KTB so und das ist nicht mein Einsatz den mach ich nicht also wie gesagt ihr seht hier äh wir haben hier auf jeden Fall heute dann drei neue Rettungswagen gemacht äh ich bin in einem neuen Verband wie ich am Anfang schon gesagt habe ich möchte aber noch eine kleine Sache äh sagen und zwar ähm hab ich mittlerweile wieder OBS ähm ich werde das morgen also wenn ihr das Video seht also heute nein warte wir haben jetzt 0 Uhr ja heute wenn ihr das Video heute sehen solltet mach ich das mit dem OBS auch heute denn ich hab einen Freund also auch diesen Maurice den vielleicht einige schon aus dem Bus Simulator teilen kennen äh der will mit mir jetzt OBS äh einstellen machen und hast du nicht gesehen das heißt wenn ich Glück habe kann ich bald auch live streamen ähm ich freue mich da drauf ich hoffe ihr habt da auch Bock drauf und mit diesem Satz und mit diesem Bild von den schönen drei neuen Rettungswachen äh Rettungswache Polizeiwachen möchte ich mich verabschieden ich bin raus euer Mabin bis zum nächsten Video Tschüss bis zum nächsten Mal 猶